willkommen auf meinem kanal ich bin es wieder euer babylolo 007 ja ich schaue jetzt gerade aktuell etwas fertig aus ist gerade auf 5 uhr morgen sind so früh und zwar es geht darum ich habe jetzt ja dann fast 50 abonnenten das special für die 50er abonnenten habe ich schon fertig jetzt ist natürlich mein anliegen auch an euch ihr wollt ja auch noch ein paar mehr abonnenten special von mir sehen ich würde sagen das nächste abonnenten special kommt bei 75 ist zwar eine komische zahl aber ich finde die zahl nicht verkehrt ja es ist natürlich die frage was wollt ihr sehen und was ist für mich möglich ich hätte da zwei vorschläge ihr könnt euch dasselbe belegen also vorschlag 1 wäre quasi das was ich mir vorstellt zu drehen ist quasi ich nehme euch einfach mal einen abend mit wenn ich mich quasi bettfertig nach wenn ich ins bett und so weiter und so fort wenn ihr das sehen wollt dann schreibt einfach vorschlag 1 rein oder wenn ihr selber irgendwelche ideen habt was ich so drehen könnte dann macht doch eins schreibt einfach vorschlag 2 doppelpunkt und eure wünsche die wünsche wo am meisten auftauchen in den kommentaren das werde ich für euch drehen ich hoffe euch hat dieses kurze info video über das 75er abonnenten special gefallen wenn ja lasst mir einen daumen hoch da und und den ab nem nicht vergessen desto früher haben wir die 95 abonnenten bis die tage dann euer baby dodo 0.07